Okay, ähm, geh ja mal ins Bio-Laboratorium. Ich müsste jetzt ja eigentlich gegen jeden die passende Waffe haben, hoffe ich doch. Ich meine mal ganz ernst, ich hab jetzt schon so viele besiegt. Ja, Split-Marshoom, sieht schwul aus. Schon wieder ein schwuler Weg. Okay. Äh, Kotz, wirk, äh. Das ist jetzt nicht hier überhaupt. Sieht ja richtig übel aus. Dazu leckt's auch noch, wie Hund. Ach, komm. Der Shit tut einem ja an den Augen weh. Lasst mich atentieren. Oh, außer du, du währst mich nicht mehr hin. Zack, weg. Ja, aber das sei ja übel. Okay, ich dachte, da geht's vielleicht runter. Shit, das wäre das fast mein sicherer Tod gewesen. Immer noch nicht im Bereich 2. Hätte mich allerdings auch gewundert, wenn's so schnell ging. Okay. Ja, die tauchen wieder auf. Ähm, ja. Geil. Angeschrieben. Ach, ist es nicht. Ach, fuck. Ey, ey, ey. Ich hoffe, ihr habt das nicht gesehen. Ich glaub nicht, dass Frapz den Desktop aufnehmen kann, aber... Keine Ahnung, muss ich nachher nachschauen. Ob's mit drauf ist oder nicht. Ich wurde angeschrieben. Mich hat's auf den Desktop gehauen. Im Großbildschirmformat allerdings. Ja. Ja. Ja, bewegt euch. Also, keine Ahnung, ob ihr's gesehen habt. Ich hoffe nicht. So, ich möchte da noch ein bisschen was zu meinem Channel sagen. Inzwischen bin ich aber im Mega Man X4. Ihr seht's. Ich hab fünf Abonnenten immer noch, aber ich hab dafür ein paar Freunde gewonnen. Da hat mich ein paar Leute als Freunde einfach geändert. Ich weiß nicht wieso, aber mir soll's recht sein. Bin ich nett. Und, ähm... Ja, ansonsten hat sich eigentlich nicht viel getan. Ich hab jetzt, ähm... Schon einige Viewer. Das find ich nett. Und, ähm... Auch einige Weibliche. Ein Hallo in die Richtung. Hehehehe. Jo, ich bin Single. Ähm, ja, ähm... Auf jeden Fall, wie dem auch sei. Gut, das ist nicht viel wert. Ähm... Ich würd mich freuen, wenn ich weitere Leute dazugewinnen würde, wenn euch meine Videos gefallen und ihr Kommentare posten würdet. Wenn sie euch nicht gefallen und ihr mich kritisiert, äh... Würde mich auch freuen. Ja, ohne Scheiß. Denn, ich hab lieber... einen Kommentar, das nicht gut ist und dafür weiß ich, was ich verbessern kann, wie... Tausende, die einfach schweigen. Ähm... Von daher, also... Bitte anschreiben. Ich nehm eure Kritik ernst. Ich bin nicht beleidigt deswegen. Und ich renne hier gerade um mein Leben, ey. Und ja, also... Bitte. Nur zu. Okay. Das ist interessant. Da oben ist mein Herz. Und dass ich nicht mehr rankomme. Wie sollte ich da überhaupt mal rankommen? Hey, doch. Mit dem Spinnennetz vielleicht. Das wird allerdings riskant. Ähm, ja. Kann ich irgendwo einstellen. Wie früh du kommen sollst? Oh, cool. Oh, geil. Hehe. Geil. Epic. Ich hab's geschafft. Oh, den Ziel suchen wir nicht. Mal ausprobieren. Okay. Ist ja... Ähm... Genug rum experimentiert. Machen wir weiter. Oh, geil. In den Kopf gebohrt. Okay. So, was nochmal. Einfach durch. 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 Hey. Geschafft. Okay. Wir sind auf nem Aufzug. Ach, die Dinger. Ach, geil. Die macht mir Schaden. Die Stage ist schwer. Also schwerer als die anderen bisher. Auf jeden Fall. Ähm, ja. Ah, ich verstehe. Okay. Leck. Fuck. Der Tag kostet mich voll viel Leben. Und wenn ich beim Boss sterbe, darf ich das Ganze nochmal machen. Aber komm, Feuer müsste gegen dich gut sein. Du bist doch ein Pilz. Ich meine, Pilze kann man doch auch abbrennen. Und hier ist alles voll mit Pflanzen. Du machst vielleicht dumme Geräusche. Bist du X? Ich habe, ähm, den Auftrag, dich zu zerstören. Was? Wessen Auftrag? Rate einfach mal. Okay. Wir nehmen Feuer. Und es bringt nichts. Wollt ihr mich verarschen? Kann hier überhaupt mal irgendwas was bringen? Irgendeine Attacke, die ich hab? Irgendeine Attacke, die ich hab. Das gibt ja überhaupt keinen Schaden. Das konnte ich jetzt überhaupt nicht einsetzen. Frost glaube ich nicht. Also versuchen wir es mit wem. Also versuchen wir es mit wem. Geil, das Hologramm kann mir praktisch aufschaden. Hat das jetzt was gebracht? Ein bisschen was. Aber es kann doch nicht sein, dass ich nicht die richtige Waffe gegen die Gegner hier hab. Ich hab so viele Waffen und keine bringt was. Wie kann das sein? So komische Geräusche, ey. Huiiii. Und hua, hua. Leider geht mir das auch gleich aus. Dann kann ich höchstens noch mit dem Glaser versuchen. Weil es mich halt so viel bringt. Das hier ist auch nicht die richtige Waffe. Ich meine, wie kann das... Das kann doch nicht angehen. Okay. Fuck! Ich hatte ihn doch fast. Ach. Dreck. Dreck.